Kirby Triple Deluxe ist ein Spiel, das eigentlich sein Herz am rechten Fleck hat. Es ist sehr zugänglich, bietet sauber komfortables Gameplay und eine zum Anbeißen süße Optik. Nur fühlt man sich eben leider nie wirklich gefordert. Es gibt kaum Szenen, an die man sich nach den Durchspielen zurückerinnert, da das Spielgeschehen recht unaufregend ist. Alles funktioniert und fühlt sich gut an, aber irgendwie wirkt es belanglos. Ob der 3D-Effekt, die Präsentation, das Spieldesign, alles ist einfach nur ganz nett. Aber gerade für jüngere Zocker, denen selbst ein Mario-Spiel noch zu schwierig ist, dürfte Kirby Triple Deluxe genau das Richtige sein. Der charmanten Knuddeloptik und Zugänglichkeit von Kirby wird keinem Kind widerstehen können. Das Prädikat besonders wertvoll bekommt Kirby Triple Deluxe deswegen zwar nicht, aber es macht Spaß. Am Ende vom Tag bleibt zwar nur wenig vom Spiel hängen, doch bereuen wird man den Ausflug in die virtuelle Zuckerwatte jedoch auf keinen Fall. Auf Bis zum nächsten Mal.